So Leute, die Geschichte wiederholt sich und was bedeutet das jetzt kurzfristig für Bitcoin und auch Altcoins? Das ist jetzt das, worüber wir uns heute im Video unterhalten werden. Wir schauen uns Bitcoin kurzfristig an. Wir schauen uns Bitcoin langfristig an. Wir schauen darauf, worauf man jetzt erst einmal achten muss. Wo sind die nächsten Widerstand und Unterstützung für Bitcoin? All das sind jetzt Sachen, die wir heute besprechen werden. Und damit, willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal mit einem kurzen, schnellen Blick auf Bitcoin an. Und was man jetzt sehen kann, ist, dass wir jetzt gerade einen 4-Stunden-Clause gehabt haben, der im Grunde genommen der höchste 4-Stunden-Clause gewesen ist, den wir jetzt seit dem letzten All-Time-High gehabt haben. Langsam aber sicher legt Bitcoin also einen Zahn zu. Bitcoin schaltet sozusagen einen Gang hoch. Und man sieht das Ganze jetzt auch in den Charts, wo wir jetzt über einen konstanten Zeitraum mit den geschlossenen Kerzen Higher Lows bilden. Ich meine, hier haben wir Lows geschlossen, dann haben wir hier Lows geschlossen und man sieht ganz klar, wie wir hier konstant weiter Higher Lows machen. Und das sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut aus für den Bitcoin-Preis. Und ihr wisst ja, also ich denke, dass das hier oben bei der Orangenen-Box ein richtig großer Widerstand ist. Oder was heißt, ich denke, das ist definitiv ein großer Widerstand. Und das Ding ist jetzt, das kann natürlich nicht für ewig halten. Ich meine, die Bären versuchen jetzt wirklich alles, was sie können, um den Bitcoin-Preis nach unten zu schieben. Und jedes Mal, wenn sie das machen, da schaffen sie das ein kleines Stückchen weniger. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir hier diese konstante Serie an Higher Lows bekommen. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Und meiner Meinung nach sieht auch immer noch alles super bullish aus. Wir sind immer noch in der Spur Richtung All-Time-High. Und eine andere Sache, die auch richtig gut aussieht für Bitcoin, was das kurzfristig angeht, ist, also nachdem wir jetzt hier richtig große Pumps bei Bitcoin gesehen haben, wenn wir uns mal die Moving Averages anschauen, dann können wir sehen, dass die ganz schnell steigen. Und sollten wir jetzt einen Pullback haben, dann werden die Moving Averages für uns eine richtig große Unterstützung sein. Nicht nur auf dem 4-Stunden-Chart, sondern auch auf dem Tagesschart. Und hier auf dem 4-Stunden-Chart können wir jetzt schon sehen, dass die orangenen Linie, was der, lass mich nochmal kurz gucken, genau, das ist der 50er Moving Average. Also der 50er Moving Average, wie man hier sehen kann, auf dem 4-Stunden-Chart, der wächst gerade richtig schnell nach oben. Und jetzt gerade befindet er sich ziemlich genau bei meiner orangenen Linie, bei 60.000 Dollar. Und das bedeutet, sollten wir nach unten sinken, dann werden wir nicht nur von der orangenen Linie unterstützt, sondern auch von, naja, was auch zufälligerweise eine orangenen Linie ist, aber der 50er Moving Average. Also zwei orangenen Linien werden uns hier unterstützen, sollten wir nach unten sinken. Und naja, wir bilden jetzt hier einfach ganz viel Unterstützungslevel für Bitcoin. Sollten wir nach unten sinken, dann können wir auf jeden Fall darauf achten. Okay, auf dem Tagesschart haben wir jetzt den 50er Tages Moving Average. Und der 100er und der 200er Tages Moving Average, die sind jetzt ein bisschen tiefer. Einfach, weil, klar, auf den höheren Timeframes, da dauert das etwas länger, damit die ganzen Moving Averages nach oben gehen. Aber mit den 50er Moving Average sind wir jetzt gerade in Richtung der 50.000 Dollar orangenen Box gelaufen. Und, naja, selbst auf dem Tagesschart können wir jetzt also sehen, dass wir hier mehr und mehr Unterstützung bekommen. Sollten wir also einen Drop haben, dann könnt ihr auf jeden Fall darauf achten. So, und nach oben hin, wie ihr bereits wisst, ist der nächste Widerstand bei 68.300 und dann natürlich noch 70.000 Dollar. Das sind die Widerstände, die ihr nach oben hin erst einmal beachten müsst. Und ich schätze, es wird nur noch eine Frage der Zeit dauern, bis wir dieses Level hier durchbrechen. Aber, wie ihr wisst, ich würde natürlich nicht in einen Trade einsteigen, bis wir nicht über diese orangenen Box gestiegen sind. Und ich bin am überlegen, oder sagen wir mal, höchstwahrscheinlich werde ich auch wieder einen Trade eröffnen. Und, naja, mal schauen, ob wir es schaffen können. Und sieben super profitable Trades hintereinander zu schaffen. Wie ihr wisst, ich zeige alle meine Trades auf dem Kanal. Ich zeige euch meine Strategie, bevor ich den Trade eröffne. Und ihr könnt das Ganze live auf meinem Kanal mitverfolgen. Wenn ich alles verliere, dann werdet ihr das sehen. Wenn ich Profite mache, dann könnt ihr das auch sehen. Also, das mache ich gerne auf dem Kanal. Und, falls euch das gefällt, dann würde ich sagen, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Okay, dann lasst uns mal weitermachen. Und zwar auf dem Wochenchart. Eine weitere Sache, die ihr euch nämlich anschauen müsst, ist der 21 Weekly E-Mail. Die blaue Linie hier. Und normalerweise würde ich sagen, dass diese Linie hier in jedem Bullenmarkt hält. Aber das kann ich nicht mehr sagen. Einfach, weil wir tatsächlich hier nach unten gesunken sind. Als Bitcoin von 64.000 Dollar, naja, bis zu 30.000 Dollar gesunken ist. Aber, obwohl das Ganze jetzt natürlich zugegebenermaßen nicht mehr jeden einzelnen Bullenmarkt und jedes einzelne Mal funktioniert, hat es das früher mal getan, bevor wir diesen Drop hier gehabt haben. Und das wiederum bedeutet, dass das natürlich immer noch eine richtig große Unterstützung für uns sein wird. Und selbst während dieses Bullenmarktes haben wir hier mehrfach Unterstützung gefunden. Und das die ganze Zeit auf dem Weg nach oben. Und das hier war natürlich ein Bärenmarkt. Aber im letzten Bullenmarkt, das gleiche hier, wurden wir wirklich die ganze Zeit unterstützt vom 21 EMA auf dem Wochenchart. Wie man also sehen kann, der 21 Weekly ist eine richtig wichtige Unterstützung, die man auf jeden Fall immer im Auge behalten sollte. Und natürlich, wie immer, halte ich euch darüber auf dem Laufenden. Eine weitere Sache. Ich weiß, gestern wollte ich eigentlich noch über Altcoins reden. Aber das machen wir jetzt gleich. Ich möchte euch nur vorher nochmal die Ähnlichkeiten zwischen 2013 und 2021 zeigen. Denn man kann jetzt ganz klar sehen, wie super stark sich das Ganze hier ähnelt. Ich meine, klar, wir vergleichen ja immer die beiden Zyklen miteinander. Aber wenn man mal genauer darauf schaut, dann kann man sehen, dass wir hier die gleichen Strukturen haben. Einmal beim ESI und selbst bei den Daten. Also im April sind wir 2013 gepumpt und auch 2020. Dann sind wir konsolidiert im Juli. Und jetzt gerade sehen wir das Oktober-Breakout. Und das Oktober-Breakout von 2013, das war absolut massiv. Wir sind da um wie viel? Ich glaube, 6x oder so gestiegen. Also von 120 Dollar bis auf sage und schreibe 840 Dollar. Das war der absolute Wahnsinn. Und klar, ich rechne jetzt natürlich nicht damit, dass wir die gleiche Menge an Echsen sehen. Einfach, weil die Marktkapitalisierung von Bitcoin schon viel größer ist. Nichtsdestotrotz, das sieht alles richtig gut aus und die Ähnlichkeiten sind definitiv gegeben. Okay, und jetzt lasst uns noch schnell über Bitcoin reden, bevor ich mit den Altcoins weitermache. Oder sagen wir mal über die Bitcoin-Dominanz. Okay, die Bitcoin-Dominanz sieht gerade so aus. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Seitdem wir zu der orangenen Linie nach unten gegangen sind, haben wir damit gerechnet, dass die Bitcoin-Dominanz erst einmal nach oben gehen wird. Und genau das ist jetzt auch passiert. Die Bitcoin hat die Altcoins ausperformed. Und das bedeutet jetzt, sobald Bitcoin sich ein bisschen zur Ruhe setzt, dann werden die Altcoins absolut durchdrehen. Sollten wir es jetzt also tatsächlich schaffen, dass wir hier bis zu der orangenen Linie bei 52% auf der Bitcoin-Dominanz steigen sollten. Und ich meine, das ist definitiv eine Möglichkeit. Wir sind jetzt gerade schon in der Hälfte zwischen diesen beiden orangenen Linien. Aber ich schätze, spätestens dann werden wir wieder umkehren. Und meiner Meinung nach werden wir wahrscheinlich schon vorher wieder umkehren. Möglicherweise gehen wir jetzt noch ein bisschen nach oben und drehen dann um. Und wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann werden wir in eine absolut verrückte Altcoins-Season einsteigen, wo die Altcoins wirklich komplett durchdrehen werden. Also ich freue mich schon darauf. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier drauf anschauen, dann können wir sehen, dass wir auf diesem Index gerade bei der Hälfte sind. Und naja, wenn wir uns jetzt mal ein paar Altcoins anschauen, dann können wir sehen, dass innerhalb der letzten 90 Tage, also aus den Top 50 Altcoins, ungefähr die Hälfte Bitcoin outperformed hat und ungefähr die andere Hälfte hat Bitcoin underperformed. Das Ding ist jetzt, wenn wir uns zum Beispiel mal die letzten 30 Tage anschauen, dann können wir sehen, dass Bitcoin die meisten Altcoins outperformed hat. Und das Ganze wird sich natürlich ändern, sobald Bitcoin sich erst einmal ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat. Und das wird super interessant werden. Und Leute, eine weitere Sache, über die ich mit euch reden möchte, sind Options. Denn viele Leute haben mich jetzt gefragt, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie man damit Geld verdienen kann. Und naja, ich habe da jetzt nicht so viel auf dem Kanal drüber geredet, einfach weil es ein bisschen komplizierter ist. Also es ist nicht super kompliziert, aber schon definitiv etwas komplizierter, als einfach Spot kaufen oder Perpetual Swaps und mit 100x Leverage zu traden. Also nein, natürlich nicht 100x, aber Leverage Trading mit vielleicht 10x zu machen. Und Optionen sind da ein bisschen anders. Aber ich werde jetzt höchstwahrscheinlich meinen nächsten Trade drüben auf der Delta Exchange machen. Und außerdem werde ich ab jetzt auf dem Kanal auch öfter mal über Optionen reden. Darauf wollte ich euch nur mal ein bisschen vorbereiten. Und was ist überhaupt eine Option? Naja, Optionen sind ein bisschen anders. Okay, und wie Optionen jetzt funktionieren ist, wir haben ein bestimmtes Datum. Sagen wir einfach mal, wir nehmen den 31. Dezember. Okay, und dann gibt es Calls und Puts. Bei einem Call ist es so, dass man quasi darauf wettet, dass der Preis zu diesem Zeitpunkt höher sein wird als heute. Ein Put ist entsprechend das Gegenteil, dass der Preis niedriger zu einem bestimmten Zeitpunkt sein wird. Und was wir jetzt auch sehen können, ist, wir haben einen Strike-Preis. Und wir nehmen jetzt einfach mal diesen hier, 100.000 Dollar. Und zwar am 31. Dezember. Was das jetzt bedeutet ist, ich könnte jetzt gerade diesen Call für 2.000 Dollar kaufen und dann würde mir quasi dieser 100.000 Dollar Call gehören zu diesem gewissen Strike-Datum. Und das bedeutet, dass alles, was über 100.000 Dollar ist, das ist quasi mein Gewinn. Ich bezahle jetzt also 2.000 Dollar. Und wenn Bitcoin am 31. Dezember bei 150.000 Dollar sein würde, dann würde das bedeuten, dass ich 50.000 Dollar an Profit gemacht habe. Also natürlich abzüglich der 2.000 Dollar, die ihr dafür bezahlt habt. Okay, auf der anderen Seite, wenn ihr einen Put kauft, dann wettet ihr natürlich darauf, dass der Preis nach unten geht. Und hier auf der Delta Exchange könnt ihr jetzt auch einen Timer sehen, wann das Ganze festgelegt sein wird. Und, naja, wir haben jetzt hier keinen Put für 100.000 Dollar, aber sie haben einen Put für 75.000 Dollar. Und das bedeutet, wenn ich diesen Put kaufe, der gerade rund 17.000 Dollar kostet, naja, sagen wir mal, der Preis ist 60.000 Dollar am 31. Dezember. Naja, dann würde ich die Differenz zwischen den 60.000 Dollar und den 75.000 Dollar bekommen. Also rund 15.000 Dollar. Naja, und das ist ungefähr so viel, wie ihr überhaupt bezahlt habt, um diesen Put zu kaufen. Auf der anderen Seite, wenn ihr daran glaubt, dass der Preis, sagen wir mal, niedriger als 65.000 Dollar sein wird, dann könnt ihr heute 10.000 Dollar bezahlen. Und ihr werdet alles an Profit bekommen, was niedriger als 65.000 Dollar sein wird. Sagen wir mal, der Preis wird bei 30.000 Dollar sein. Dann hättet ihr 35.000 Dollar Profit gemacht. Also, es ist ein bisschen komplizierter, aber ich werde das Ganze jetzt öfter mal auf diesem Kanal hier zeigen. Einfach, weil viele Leute mich darum gebeten haben. Und das Interessante auf der Data Exchange ist, dass sie das Ganze nicht nur für Bitcoin haben, sondern auch für viele andere Altcoins. Und es kommen jetzt auch konstant immer neue Altcoins dazu. Deshalb bin ich auch ziemlich interessiert an der Sache. Und auch, weil viele Leute mich darum gebeten haben, mal zu zeigen, wie das funktioniert. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch öfter mal ein paar Options-Trade hier auf dem Kanal bringen. Die Exchange ist natürlich legit und sie haben auch viele andere Sachen, wie zum Beispiel ein Stanking-Pool. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich gerade 500 Dollar in meinem USDT-Stanking-Pool, wo ich 12% bekomme. Und wie gesagt, es gibt hier eine ganze Menge, die man auf der Exchange machen kann. Höchstwahrscheinlich werden wir auch noch einmal ein separates Video darüber machen, weil wir mit dem Kanal und der Delta Exchange eine Partnerschaft formen. Und klar, es gibt hier auch wirklich riesen Boni. Bis zu 30.000 Dollar als Trading-Bonus. Und klar, selbstverständlich gibt es, was das angeht, Regeln und AGBs. Aber schaut euch das ganz einfach mal an. Ich lasse den Link, wie ihr die 30.000 Dollar an Trading-Boni bekommen könnt, einfach mal unten in die Videobeschreibung. Und selbstverständlich werde ich euch darüber updaten, wenn ich hier auf der Delta Exchange einen Trader öffne. Und das war es dann auch schon für dieses Video. Wie immer, freue ich mich über Feedback in der Kommentarsektion. Und wenn ihr diesem Feedback eure Binance Smart Chain Adresse hinzufügt, nehmt ihr automatisch an unserem wöchentlichen 175 Dollar in USDT-Tether Gewinnspiel teil. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, dann haut mal auf den Like-Button, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.